Willkommen aus Berlin mit der Samsung Galaxy Gear Smartwatch und wir haben uns schon einmal gefragt, wie sieht man das schöne Baby eigentlich, denn wir haben es eigentlich nur mit einem Security-Tag gesehen bisher habt ihr euch schon ein bisschen kennengelernt mit dem Mikrofon natürlich hier unten drin und den vielen verschiedenen Farben, in denen man sie kaufen kann aber jetzt seht ihr hier, haben wir noch eine Hülle ausgenommen und zwar ist das das Ladegerät, das kann man nämlich auf der anderen Seite hier sehen auf der Unterseite ist hier entsprechend der Micro-USB-Anschluss, wo ihr dann das Ganze aufladen könnt und wirklich einfach nur hier so aufmachen könnt indem ihr das Ganze hier so einmal drum rumwickelt, also das hier ist basically das Ladegerät, ein kleines Plastikstück sozusagen was natürlich in der Verpackung dann drin sein wird, hier mit den kleinen Anschlüssen und so schaut die Uhr doch auch wirklich schon mal sehr viel schöner und dünner aus wie ihr das hier sehen könnt, entsprechend mit den kleinen Anschlüssen ist es doch ganz angenehm eigentlich zu tragen, viel angenehmer aber hier unten seht ihr auch noch entsprechend ein bisschen wie die Kamera hier angebracht wurde, da ist auch so ein kleines Plastikstück bzw. wir haben euch die Uhr hier eigentlich auch schon vorgestellt von den Funktionen her, die hier entsprechend nur ein Knopf hat und ansonsten hier mit Gesten sozusagen bedient werden kann, aber hier ist natürlich das Ladegerät, worum es hier geht was eigentlich relativ, wie gesagt, ein günstiges Plastik zu sein, scheint von außen wie diese Lederoptik, wie wir sie beim Note haben aber ansonsten weiter aufklappen können wir es hier zum Beispiel nicht und ich weiß nicht, ob das nicht einfach mal hier brechen würde wenn man das mal mehrere Jahre benutzt, aber wir haben hier 0,25 Ampere, die ausgegeben werden oder die übertragen werden bei 4,75 Volt, also der Verbrauch ist auch nicht allzu groß Mein Name ist Baris Kalf, wenn ihr euch zugeschaut habt, das war hier nur ein kleines Zubehör bzw. das Ladegerät hier kurz vorgestellt von Samsung zur Samsung Galaxy Gear, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen den Channel zu abonnieren